Oh. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Sollte ich noch einen Cookie essen? Ah. Wenn ich so einen Scheiß mache, sollte ich es vielleicht wirklich tun. Ich soll doch einen Cookie essen, ne? Habe ich gerade noch gesagt, aber... Ich denke mal, wie der sagt. Nein! Warum? Warum tue ich so einen Scheiß? Und warum macht das Spiel so komische Sachen hier? Ich hasse das. Die nervt mich am meisten hier, ne? Ich hasse das mal sowieso von mir. Huch! Ah, das ist er. Was bist du? Ein Prisma. Das ist schon wieder irgendein Zauberspruch, ne? Lichtleier. Achso, damit kann ich mich quasi schützen. Das ist... Äh, warum mache ich das immer? Ach, das ist ja witzig. Moment, das will ich nochmal haben. Nee, jetzt will ich einmal den Anleihenknopf haben. Oh Gott, einmal bin ich wieder wach. Oh Gott, einmal bin ich wieder wach. Oh Gott, eigentlich müsste ich ganz dringend nach Hause, ne? Aber das Prisma ist cool. Das gefällt mir. Ja, dann lass uns mal nach Hause gehen. Ich kann mal jetzt teleporten. Hm, wollte ich mal gucken, ob... Was dieses Event triggert mit ihm, aber nein, triggert es noch nicht. Der Witz ist, würde ich jetzt zu Dings gehen, würde er mir sogar helfen, glaube ich. Ich hab dann... Bummell, dass er da schon wieder so viel Kohle für will. Das will hier irgendwo nie ein. Bummell, es ist schön, dass ihr so bescheiden könnt. Ganz ehrlich, ich mag Rüten einfach nicht. Digga, wie sehr ich mich bemüse zu essen. Ich schaffe es einfach nicht. Das ist okay. Ich mag Rüten auch nicht so gerne. Hm, Schnee. Ich liebe Schnee. Ich liebe den Winter. Ich muss mir gießen. Der Winter ist die mit Abstand... Erntehelfer freundlichste Zeit des Jahres. Weil ich einfach nicht gießen muss. Das hat sowas Schönes. Und ich hab ja noch Platz hier drin. Das ist ja der Witz. Ich hab ja noch Platz. Und könnte... hier noch einen aufnehmen. Denn... Hier drüben... Es sind ja erst... Buhh... Hier sind ja erst zwei drin. No, du bist so hübsch. Sogar sie glücklich als... Du bist so hübsch. Ich find sie voll schön. Also das würde ja... Platz ist ja noch da. Alter. Von dem her, finde ich... Muss ich halt rausfinden. Dann brauche ich dafür Möhrchen. Nicht dafür Möhrchen... Das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. Dass ich dafür dann Möhrchen bräuchte. Hm. Ist hier irgendwas gewachsen? Nein. Okay. Ist gut soweit. Okay. In Dillis sehe ich nur. Mirjam und Lian habe ich gesichtet. Hallo, Lian. Lian. Als ich geschlafen habe, ist die Zeit für alle anderen ganz normal vergangen. Das ergibt natürlich Sinn, aber es ist etwas, woran ich nicht gedacht hatte. Es gibt hier nicht mehr viel, das ich kenne. Trotzdem... Trotzdem haben wir dich lieb. Was macht dieser blöde Schmetterling im Winter hier? Der ist voll irritierend. Hase rennen rund um. Hallo. Pferd läuft rund um. Angelst du gerne? Ja. Gut. Das ist schön, nicht wahr? Im Nahkampf mit den Fischen. In ruhiger Umgebung. Diese fantastische Atmosphäre, in der man sich voll auf die Aufgabe konzentrieren muss. Die vor einem liegt. Das ist richtig gesprächig. Er mag halt angeln, das ist doch auch okay. Guck mal. Uh. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Hier, schau mal. Ja. Ähm. Ja. Danke. Also, für alles. Ähm, hier. Ein kleines Dankeschön. Ich habe eine Giebel gekriegt. Ich kriege mal Fisch von ihm. Das ist nämlich irgendwie so putzig. Aber ich mag nicht. Das ist ja... Bier soll ich sein, wenn ich mit dem ist verliebt. Das ist ja... Das ist einfach so süß. Aber Leon auch. Also, Leon will ich eigentlich irgendwann ganz gerne auch noch heiraten. So, halt. Ich habe die Cookies vergessen. Ich habe doch Cookies noch ein paar. Ich kann ja noch zwei, drei von mitnehmen. Und dann sollte ich vielleicht auch erst mal noch den ganzen Krabumpel mit dir ablegen, den ich hier noch habe. Ja, ich habe ja noch so ein bisschen Müll. Das hier zum Beispiel. Und das hier. Und das hier. Den Fisch behalte ich noch. Das geheime, das volle Pulver. Dass ich irgendwie... Diese Karauschen, ne? Was mache ich mit denen? Weiß keiner so genau. Keiner weiß so genau, was man mit Karauschen machen kann. Kann ich die kochen oder braten? Oder... Na, was sagt denn meine Pfanne so? Spiegel, ah ja. Kaulbarsch? Sardinen? Ah, nee. Ich bin echt nicht gut umkochen. Das muss ich leider zugeben. So. Nein, ich würde... Warte mal, ich kann den Fisch da mal lagern. Den ich gerade nicht mitnehmen kann. Wie diesen Stint. Und den. Und den. Und den. Und den. Und den. Da ist noch einer. So. Da habe ich zig Fisch. Sind das Makrel? Oh, jetzt tut mir so leid. Ich bin gerade voll verpeilt, was den Fisch angeht. Makrel. Darf ich euch noch mal ganz kurz mitnehmen? So, jetzt hatte ich hier doch an der Pfanne irgendwas. Wann hat Makrel? Lesedini. Gesalzener stimmt. Okay, das könnte ich mal in meinem Stintes... Entschuldigung, muss ich die ganze Makrel hier einfach wieder ablegen. So. Jetzt kann man... Und uns auf den Weg machen. Moin. Morgen, Kloika. Ähm... Wir sind ja immer noch... Den am hinterher rennen. Wo? Ähm... Läuft. Entschuldigung. Müsste jemand durch? Dankeschön. Hallo. Darf ich mal? Danke. Der geht mir sogar so weg. Sehr freundlich. Wo komme ich denn dann hin, wenn ich hier... Ich darf mal ganz kurz... Hallo. Oh Gott, wo bin ich denn? Hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Ich bin doch noch gar nicht... Ich habe noch nie mal mein Schwert ausgerüstet. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Alter, ähm... So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Das habe ich nicht so beabsichtigt. Jetzt hänge ich hier fest. Das war ja von mir schon wieder unglaublich mega intelligent hier, was ich hier mache. Warum? Warum mache ich so einen Quatsch eigentlich auch immer? Ah, ich muss mal eben gucken, was da ist. Flomp. Wind kriegst da. Mitten sitze ich im beschissesten Kampf der Welt fest. Das ist super. Jetzt kann ich gleich mal einen Cookie essen. Was ist ein Windkristall? Kann ich damit machen? Was ist ein Windkristall? Sammelobjekt. Bringt mir nicht mal viel ein. Na toll. Lässt du mich in Frieden hier? Also, keine Ahnung. Teil, da gucke ich nicht mal rein an den. Das ist ja super. Das heißt, ich muss das hier jetzt alles durchspielen. Das wäre ganz toll. Oh Gott, ich glaube, ich möchte doch lieber gehen. Oh Gott. Ja, das wäre jetzt... Warum mache ich so einen Scheiß? Hätte ich dich gedrückt? Ja. So. Also, den hier jetzt hinterher zu eiern, das ist ja echt ein bisschen anstrengend, ne? War ja ernst. Da bin ich doch gerade durchgekommen. Achso, ich kann da oben lang. Ja, jetzt geht das wieder los. Okay, das hast du hier verloren. Schwarze Vogelfeder, gut. So, ich muss jetzt nochmal meinen einen Cookie essen. Ich komme hier eigentlich kaum voran gerade, ne? Ah, so. Ich will da nicht runterfallen. Ich wollte da mal nicht runterfallen. Oh Gott. Nein! Oh Gott. Wo bin ich denn? Ich schau wieder. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich stecke. Das macht mich in diesem Spiel nochmal malig, ne? Man landet hier, weil es ist gefühlt 250. Gegnern. 52.000 Gegnern. So, genau. Aber man weiß aber eigentlich nie, wo genau man jetzt ist. Und hier da ist irgendwie scheiße. Wo komme ich hier aus? Wo komme ich denn hier eigentlich immer hin? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Может kleiner, bin ich jetzt mal? Wo bin ich denn? Was ist das? Ein Früchte-Sandwich. Okay, wie cool. Warum mache ich solche Dinge eigentlich immer? Das essen wir gleich mal. So, jetzt komme ich hier wieder raus. Ich ignoriere, ich lasse mich durch. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen lang dran. Lass mich durch. Hat mich jetzt eigentlich nicht wirklich weitergebracht, ne? Hallo? Komm, darauf habe ich jetzt keine Lust. Nein. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich mache lauter Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen will, ne? Eigentlich wollte ich nur eben zu Jones gehen. Hallo. Ich fühle mich nicht so gut. Hallo. Hey, du siehst blass aus. Komm kurz her und lass dich ansehen. Das wird auch nicht lange dauern, so. Das sollte reichen. Danke. Gesundheit ist wichtig. Dann zeige ich mal, was du so an Medizin zu bieten hast. Das ist, ähm... Davon könnte ich, glaube ich, echt nochmal wieder ein Stack kaufen. Was macht das eigentlich? Eine Medizin, die Siegel löst. Ich habe keine Ahnung, was Siegel sind, aber... Ja, ich will da ein bisschen Geld verloren. Das ist aber okay. Wenn ich in der Sonne bin, werde ich schläfrig. Das muss irgendwie... Da muss irgendwie mal ein Geben-Spiel sein, natürlich. Glaubst du, oder was? Natürlich nicht. Ich habe nur herumgealbert. Na klar, hast du nur herumgealbert. Oh, hallo Deutsche. Meine Güte, was für ein großes Gehen. Deutsche, schläfst du nicht gut? Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Sehr beschäftigt. Weißt du, my lady war die ganze Nacht wach und hat gestrickt. Dr. Johns hat morgen Geburtstag und sie fiel ihm ein... Aufzulabern, das ist echt unnötig. Ach, Deutsche, du bist... Na, er hatte ein Herzchen. Ein Herzchen, weil er mich gesehen hat. Siehst du, das? Mache ich denn jetzt? Gehe ich da nochmal hin? Lohnt sich auch nicht richtig, ne? So, gute Nacht. Ja, vor allem hat man Schluss. Das ist ja mal anstrengend. Nervig. Man eiert da echt so Millimeter für Millimeter sich vorwärts, ne? Das ist... Ist ja nicht meins, ne? Ich habe das hier gemacht. Curry-Reis. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie es geworden ist. Möchtest du es probieren? Oh, wie das ist. Sag mir, was du davon hältst. Ähm. Ist das gut geworden? Äh, ist... Müslungenes Gericht? Fragezeichen? Nein, Curry-Reis. Oh, okay. War gut. Ich war stolz, wenn ich ganz so zuversicht... Ja, das war jetzt auch... Naja, Müslungenes Gericht ist halt Müslungen, ne? Ist halt... Ich verkaufe das jetzt, wenn es dich nicht stört. So. Kann ich das Zeug gleich mit loswerden? Ach, die fünf Eier, die passen mir da jetzt auch nochmal rein. So, Federn kann weg. Das kann weg. Das kommt weg. So, gut. So, dann können wir ja jetzt mal hier... Ja, ich will hier... Ich baue hier jetzt keine Bepflanzen an. Das fände ich jetzt irgendwie doof. So. Jetzt haben wir hier einen. Ich will hier ein bisschen... ein bisschen Unkraut, aber ansonsten... nichts Spannendes passiert. Dann kann ich das ja noch eben... die Verkaufsküste packen. So. Hören wir das auch. Hallo, Schatz, aufstehen. Guck mal. Diese Stadt verfügt über ein großartiges Luftschiff. Die Galeonsfigur ist allein in Spott hässlich. Hab ich mir noch nie angeguckt. Ja. So, wir werden mal gucken, wie weit wir jetzt nach zwei Tagen gekommen sind. Es arbeitet sich wirklich langsam vorwärts.